Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Bass Sultan Hengst – Bester Mann Nach mehreren Release Verschiebungen ist es nun soweit. Die Berliner Schnauze meldet sich mit einem neuen Album zurück. Bester Mann kommt mit 13 Tracks und beinhaltet keinerlei Features. Das Album erscheint über das Label No Limits und erscheint als CD und auch als Box. Sido – Kronjuwelen Kronjuwelen ist ein Best-of-Album, auf dem sich die wichtigsten Tracks seiner letzten 4 Studio-Alben befinden. Darüber hinaus befinden sich zwei neue Tracks und jede Menge Sido-Gaspans darauf. Kronjuwelen beinhaltet 38 Tracks. Features kommen unter anderem von Haftbefehl, Coolsavage, Lackmann und Oleg Sesch. Das Album wird über Urban veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Fotobuch. Motrip und alias Mohamed Ali Der Name Mohamed Ali spielt einerseits auf den weltbekannten Boxer an, auf der anderen Seite setzt er sich aus den Vornamen der beiden Ausnahmetexter zusammen. Mohamed Ali kommt mit 17 Tracks und beinhaltet Features von Summer Jam, Kollegah und Manuelsen. Das Album erscheint über das Label Urban und erscheint als CD, als Vinyl und auch als Box. Kollegah Monument Der Boss kündigte an, dass er Ende des Jahres sein vorläufig letztes Solo-Album bringen werde. Für das Album war Kollegah in den USA unterwegs und hat dort unter anderem mit Leuten wie Arab Music und Scott Storch zusammengearbeitet. Features kommen von 18 Karat, Farid Bang, Nas und Cameron. Das Album wird über Alpha Music Empire veröffentlicht und erscheint als CD und auch als Box. Credibil Semicolon Drei Jahre ist es her, als Credibil mit Renaissance sein letztes Album released hat. Jetzt ist es an der Zeit für ein neues Solo-Album. Semicolon kommt mit 14 Tracks und beinhaltet ein Feature von Motrip. Das Album kommt über das Label Epic Germany und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren. Schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao. 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 Ciao.